Zur Zeit nachher sind wir deportiert worden nach Auschwitz. Meine ganze Familie ist dort ermordet worden. Diese ganze Verfolgung und dieses Jahr in Auschwitz und in Dachau und in Kaufering, das hat mich irgendwie seelisch vielleicht... Ich konnte nicht mehr reagieren wie ein normaler Mensch. Bevor wir geheiratet haben, habe ich schon sieben Jahre zusammen gelebt. Und ich habe über meine Vergangenheit mit ihr nicht gesprochen. Das ist etwas, was... Manchmal spiele ich das so, als ob das in Beton versenkt worden ist. In Zement. In einem Geschäft gab es südamerikanische Rebfried und israelische aus Jaffa. Und ich habe die aus Jaffa genommen, nicht aus jüdischer Solidarität, weil die besser sind. Schmecken besser. Und hinter mir hat eine Dame gesagt, kaufen Sie doch nicht bei Juden. Es ist schon gut, dass in den Schulen, in den Geschichtsbüchern das gewürdigt wird. Aber man kann nicht eine junge Generation und die nächste junge Generation und die übernächste Generation dafür verantwortlich machen. Das kann man nicht. Man kann nur sagen, nicht vergessen. Man kann nur sagen, nicht vergessen. Man kann nur sagen, nicht vergessen. Man kann nur sagen, nicht vergessen.